Sie sind hier 18. November 2018, 7.15 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten mehr Darts geht nicht, am Sonntag geht es um den letzten deutschen WM-Startplatz. Gleichzeitig wird der Sieger des Grand Slam of Darts gesucht, alles live auf Sport1. Der Sonntag wird zum Feiertag für alle Darts-Fans. Nicht nur die Endphase beim Grand Slam of Darts, alle Spiele live bei Sport1 in Wolverhampton steht auf dem Programm. Beim Finalturnier der BILD Super League Darts, Sonntag ab 13 Uhr live im TV auf Sport1 im Maritim Hotel in Düsseldorf wird zudem auch noch der letzte deutsche Teilnehmer für die anstehende Darts-WM gesucht. Mit Max Hopp, Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen bereits drei Teilnehmer fest. Das letzte deutsche WM-Ticket wird am Sonntag vergeben. Tickets für das Finale der BILD Super League Darts Germany gibt es hier. Beim Finale der Elite-Klasse des deutschen Darts-Ports treten die besten acht Spieler an, die sich über fünf Spieltage hinweg aus insgesamt 16 Startern qualifiziert haben. Zuletzt sicherte sich 2018 Kevin Münch über diesen Weg seinen Startplatz bei der WM und schaltete im Anschluss Superstar Adrian Luis im Alley Pally aus. An diesem Sonntag kämpfen Mike Langendorf, Robert Marjanovic, Nico Kurz, Manfred Bildal, drei guten Horvath, Stefan Steuke, René Berndt und Nico Blum um das WM-Ticket. Spielplan des Finals der BILD Super League Darts 2018 Viertelfinale Best auf minus 15 Lex Langendorf 1 Blum 8 Marjanovic 2 Bernd 7 Kurz 3 Stöke 6 Bildal 4 Horvath 5 Halbfinale Best auf minus 17 Lex Langendorf Blum Bildal, Horvath Marjanovic, Berndt, Bernd, Kurz, Stöke Finale Best auf minus 21 Lex, Siegerhalbfinale 1 Siegerhalbfinale 2 gleichzeitig steht beim Grand Slam of Darts, dem letzten großen Härtetest vor der WM ab 13. Dezember live im TV auf Sport 1 der Finaltag an. Zuerst kämpft der Österreicher Mensur Sujovic gegen den Waliser Gervin-Preis ums Endspiel. Danach kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Michael van Gerven und Gary Anderson, der am Samstag den deutschen Shootingstar Michael Unterbuchner aus dem Turnier warf, ab 14 Uhr live im TV und Stream auf Sport 1, das Finale steigt dann um 20.30 Uhr. Spielplan des Grand Slam of Darts am Sonntag Halbfinale Best auf minus 31 Lex, 14 Uhr, Mensur Sujovic, Gervin-Preis im Live-Ticker im Anschluss, Michael van Gerven, Gary Anderson im Live-Ticker, Finale, Best auf minus 31 Lex, ab 20.30 Uhr Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017